jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play farquay new door und weiter geht es heute mit den tollen expeditionen nein nicht kein experiment wir machen kein experiment hier genau heute geht es weiter mit teil 2 der insel er kommt was ihr wollt jetzt die ganze expedition natürlich gerne auf stufe 2 durchziehen wir das auch schon bei den außenposten gemacht haben genau damit wir das thema auch abgearbeitet haben und dann gibt es wahrscheinlich erstmal die schatzsuche ein bisschen und danach geht es irgendwann mal wieder die story mission dafür jetzt dass wir jetzt soweit schon wieder fortgeschritten sind wir haben ja einige netzen folgen einige story mission gemacht deswegen wollen wir heute wieder ein bisschen anderes zeug machen sieht es mir halt ein bisschen nach ansonsten müsst ihr einfach ein bisschen vorspulen das gehört halt zu farquay dazu wenn man sich das gleich vom farquay anguckt dann sollte man sich das auch angucken weil das ist einfach ein teil des spiels da jetzt heute ist das auch wichtig das müsst ihr selber wenn ihr spiel und dann spiel das ist einfach mal ein bisschen dabei so als erstes gehen wir natürlich wieder die gehen wir mal das entfernen bis was ab nö eigentlich ja nicht so dass wir da nichts zu sehen gar nichts sieht wenn wir nicht anders aus ich gehe jetzt mal ein bisschen vorsichtig rein daran wir sollen das paket aufspüren das ist immer da wo der rauch ist nur so nebenbei aber hier sind ja immer wieder fein wie gerade für zwei wird das nicht ohne sein zwei fein der weniger scheiße der hat nicht mich gesehen sondern der da weiß ich kann sein kollegen erschossen hat hat sich noch rechtzeitig verdrückt sagt mein freund wo wurde es entdeckt ja ja der kammer mit dem schild auf dich zugelaufen ich habe ihn aber erwischt sobald du das paket hast müssen wir schleunigst von ihr verschwinden die highwaymen werden dich weiter angreifen koste was es wolle also schnapp dir das zeug und aua ab scheiße der hat sich noch viel zu cool der sack komm mal das war das ist mir zu bunt hier hey arschloch dann halt nicht schießt mir die gerade so vor der nase weg dass ich jedes mal munition verballer weil ich die auf visier habe das sind jetzt zwei gewesen hintereinander oh auf der brücke ist noch einer der kommt ja runter hab ihn da ist noch einer alter nervt mich doch du gehst mir nicht auf den nicht zufällig auf die lisse irgendwas noch einer mit dem schild oder wieder oben so schön ist ich kann jetzt schön mit dem schild weg snacken und per take down ja ich habe ein schild mitgenommen Hilfe tot also hier ist er dann der gegner naja naja ist er tot tot ein auses aber den habe ich schon ich habe den schon schnappt paket schnappt da ist ein großes offenes gebiet südlich von dir aus geh doch hin und ich komme mit la grosse patate nach guck guck so bist du noch da drin ich bin schön okay ja alles gut ich bin schon ich komme jetzt mit ich muss dir noch zwei hunde weg holen komm aber jetzt schon dann ist er weg zu dir sehr gut ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Was ist das? Was ist das? Die ist doch nicht da, ne? Nee, so erst Sekunden. Ich höre auch den Helm, mein Freund. Das war gut hier. Oh, der! Jetzt, Alter, auf die Nutz! Kuckuck! Alles gut, ich brauche hier gerade ein nach dem anderen. Ich heile! Wir drin! Ja, ich muss jetzt mal da rauskommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die ist down. Das waren weniger, ups. Ja! Das ist meine größte Patette! Gute Arbeit! Und auch von dir, Kapitän! Du rockst dies für dies, mein Ami! Uh! Und jetzt habt' nach Hause! Brrrr... Ja, gut! Mhm. So, dann fehlen uns jetzt noch drei, ne? Zumindest auf die Stufe 2 und danach müssen wir den Rest im nächsten Durchgang ziehen. Gut, wunderbar. Dann war da. Das war nicht, keine Zeit verlieren. Ich bin wohl im Saughafen. Ach ja, alles gut. Machen wir gleich. Machen wir jetzt das Fakt, das Regierungsfunkzeug... Ich kann mich wohl im Saughafen erst mal. Ja, ja. Du sagst, wenn du durch bist. Ja, ich bin soweit. Ja. So. Wir kommen wieder zur Abschlussstelle. Du solltest dich beeilen. Die sind schwerer bewaffnet als beim letzten Mal. So, weiter geht die Reise da oben. Die kriegst du nicht, ne? Da oben. Da oben. Da oben. Da rechts ist irgendwo noch einer reingeliebt gelaufen. Irgendwo rechts ist da noch was wir glauben. War da was ein Tier das war, der... Ich glaube, es war noch ein Gegner. Weil der ist in der Nähe von parkiertes... Ich geh schon mal in die Nähe. Also zumindest mal... Alles gut. Ich sehe das Paket. Da oben. Da oben. ... ... ... ... ... Mal die Leiche weggeräumt. Nicht, dass die dann irgendwie auf die Idee kommen. Oder nicht alarmiert werden. Da. Gleiches mal weggeräumt. Von da. Boah, ich wurde entdeckt. Von weh denn? Achter. Ja, ich bin aber direkt beim Paket. Sobald du das Paket hast, müssen wir schleunigst von ihr verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter herangreifen, größte was es wolle. Sagst du, das ist so ein Paket? Ja. Gut gemacht. Zwei weniger. Im Nordösten ist eine Brücke. Du kannst sie nicht verfehlen. Dort hol ich dich ab. Ich verschwinde mal von hier. Ich musste mal gerade kurz ein bisschen raus. Jetzt geh ich wieder zurück. Jemand hat unsere Ausrüstung. Los, los, los. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter herangreifen, größte was es wolle. Ich heile mich jetzt. Kommt grad zu dir. Wunderschön! Oh, das war's. Was ist das? Vollstrecker in Heimkort, oder Motorrad. Ja. Schieß den Helikopter ab oder das Zeug ist weg! Achtung, ich komme jetzt! Schätze, wir sollten schnell nicht von hier verschwinden! So, wo kommt der Helik jetzt runter? Hier. Hier, du weißt. Hm? Komm, komm, weg weg! Wuhu! Und ihr schafft nach Hause! Wunderbar. Wunderbar, wunderbar! Dann haben wir das auch erledigt für heute! Jawohl! Jawohl! Ich fühle mich hier sicherer als oben im Himmel in der Großbritannien! Ah, super! Und dann geht's morgen weiter mit der Abschlussstelle der ISS und dem Kernkraftwerk. Ja, dann sehen wir uns wieder! Bis dann! Tschüss! 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 Vielen Dank.